Da stehst du nun, du, Urenklin von Omama Eva, die in ihrem Tagebuch schreibt, mein ganzes Leben war ein Aufbegehren. Alles ist möglich und alles ist unmöglich. Ja, ja, wir hatten alle möglichen Träume als Jugendliche in Wien. Aber jetzt sind wir im Land unserer Väter und bauen einen Kibbutz auf. Alles ist reparabel, ja, wenn du reparieren willst, ja, es liegt in unserer Hand.